So Leute, willkommen zurück bei Testos Symphonia, Chronicles, Dawn of the New World und wir Sefi und Jutis. Moin! Ähm, Ratatosk-Modus! Ja, ich bin mit einer Frau, und ich habe mit der Liebe, ich kann es nicht so ins Zusehen. Da ist es, Frau. Ich bin mit einer Frau, und ich bin mit einer Frau? Ich bin mit einer Frau, die sich, zu haben? Das ist es... Frau, wie ist das? Es ist kein Problem. ... Ach Joa, das ist ein Altscharakter immer noch am geilsten. Jo. Haben wir jetzt irgendeinen Froschgekirchen? Wiss ich nicht. Haben wir hier gerade den letzten Partgekirchen einfach gekannt? Ich kann mich nicht mal entsinnen. Ich bin bereit. Na gut, wie lange kennen sich Genus und Lloyd? Ja klar, deswegen ja. Also da muss schon mehr passieren als nur ein Oh, gib mir das Ding! Oh, ich muss abhauen, tschüssi! Um zu glauben, dass Lloyd wirklich so extrem böse sein soll. Ja, du wirst ja eine Troll nicht, ne? Ja, eine Troll. Wenn du bald rausgehst, da war doch eine Plattform offen. Ach ja. Ich frag mich jetzt aber nicht mehr, wo die war. Da! Toll! Das hast du schon. Mehehe! Ich hatte einen Kampf vorher! Äh! Ist der hier gerade ein Lai?! Das ist ja gerade so, was hier lang geglischt ist! Tschu... Warum nicht, wenn er es kann. Ich würde es auch tun, wenn ich es könnte! Wer würde das nicht tun? Tschu... Frau, jetzt! Das ist ein Räuer-Berber. Das ist ein Räuer-Berber, als die der Läu-Berber mit dem Rollen zu fliegen. Ja, das ist ein Räuer-Berber. Ich habe es schon verletzt. Ich hätte auch nicht die Räuer-Berber. Das ist ein Räuer-Berber, als die Läu-Berber mit dem Rollen zu fliegen. Ich habe es auch. Ich habe es, aber ich habe sie nach dem Reise des Weltkirchen. Ich habe es, als er die Neu-Berber mit dem Rollen zu verlassen. Ich habe es, als er die Läu-Berber mit dem Rollen zu verlassen. Wenn ich mich für die Räu-Berber mit dem Rollen zu fliegen, dann ist das nicht krank. Aber wenn es der Läu-Berber mit dem Rollen zu verlassen ist, Insofern ist es, dass er die Bewegung von Lloyds ist. Wahrscheinlich weiß er diese Informationen nicht. Insofern ist er der Vorteil von euch. Kann ich das so machen? Davon abgesehen... Wie doof muss Lloyd sein, dass er das noch nicht bemerkt hat. Weil er war bei der Weltanwahrung dabei. Jetzt bleiben muss es ja ein bisschen so. Beim ersten Mal kann ich verstehen, okay, beim zweiten Mal denkst du, hm, komisch, hier war ich doch auch schon mal. Und spätestens beim dritten Mal, hm, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Hm. Ich denke schon, dass Lloyd das gereilt hat, weil sonst wäre er da nicht aufgekreuzt. Emil, warte! Lloyd ist wirklich so ein Typ wie Palma-Costa. Es gibt auch das, aber es ist nicht. Hä? Was war das, was ich glaubwessen? Ehe? Ich weiß auch... Ich weiß das, was ich nicht auf dem alten Wunschluss entenne. Ich dachte mir, dass ihr Lieblingschiffe... Ich meine Freundin nicht mehr so. Ich weiß es! Ich weiß sie nicht mehr wie sie sich selbst. Nein, es ist kein하다. Sorgen Sie in denen schnauern. Und ich verkeiliere undciele, die Leute sind nichts mehr. Ich weiß nur Lausge und ich das hier, und ich glaube, dass sie es einen Geisel-Sammengen. Aber ich weiß es nicht. Und wir wissen, was Bedeutel mit diesen Menschen. Ich weiß mir diese Leute verpackt. Ich weiß nicht nur nicht so. Dann vielleicht muss er auch noch ein Mechanismus, so wie hier in dem Dings da, wo halt eine geile Tür im Hintergrund ist, finden. Wie findet Leute, dass sich das für Leute immer so strunt hoch? Tja, vielleicht haben wir ihn auch immer nur doof hingestellt. Wer weiß, vielleicht ist er wirklich ein ganz bekanntes Genie. Ja, man reift ja mit dem Alter. Guck mal, jetzt laufen die da so gemütlich hin, bla bla bla. Und jetzt wird die Leute wahrscheinlich den nächsten Dungeon schon fertig gehabt. Ja, aber ich glaube, dass wir die Zeit nicht so sehen können. Ich glaube, dass wir die Zeit nicht mehr so sehen können. Ich denke, dass wir die Zeit nicht mehr so sehen können. Liefil, darf ich mal bitte? Was ist das? Ich würde mich schon mal erzählen, dass die Heilige Zeit nicht mehr so sehen. Wir müssen die Sekturion Core suchen. Also haben Sie die Emile, wenn ich an die Flanore gehe, würde ich nicht gehen. Ich werde nicht mit dem Loid gehen, aber... Das ist gut. Ich bin schuldig, aber ich würde mich für alle die Schmerzen... Hey, wie machen wir? Wie machen wir mit dem Loid? Ich glaube, dass wir uns alle zusammenbauen können. Das war's für heute, wenn wir mit dem Rollen gehen. Ja, ich werde mit ihr. Dann gehen wir mit Emyl und Emyl. Ich werde mit dem Nachdenken. Dann gehen wir mit Emyl. Ich bin schon ein bisschen gebraucht. Ja. Ich bin schon ein bisschen gebraucht. Das war's für heute. Ich kann es nicht mehr essen. Oh, ein Genius? Was ist das? Keine Ahnung, ich will mich nicht verletzen. Ah, Emil, holen Sie den Maki-Oa. Ja, ja. Ich finde, weil Ine sieht immer so, egal was Ine macht, sie sieht immer so einen Stock im Arsch. Ich dachte noch Holz! Ich dachte gerade, da wäre ein Geist! Riecht aus auf! Cheep Cheep! Nein, der hat eine geile Frisur! Der ist so aus wie ein Elvis! Da ist der Fan wieder! Und dann, weißt du woran? Die Frisur erinnert mich an Fuchirama. Wie heißt er noch? Fry! Fry! Der hat auch immer so eine... Ich bin ja alleine! Leute! Das ist nur ein Yamalappen! Ein Yamalappen hier! Jetzt kannst du zeigen, was du draußen hast. Wie süß! Er hat nur 4 Schaden drin! Oh, wie süß! Oh, er ist tot! Und du hast gleich noch ein Ei mitgenommen! Oh, ich kann nicht mehr! Aha! Ich schmeiß ihn weg! Aha! Huh! Ah, ist das weg! Ja, du bist weg! Waaah! Oh Gott! Ah, herrlich! Hey! Hey! Kann ich was? Kann ich was? Ich glaub so... Ich kann... Oh, du bist schon... Hey! Oh, ich kann hier erste Hilfe. Möchtest du den langen Sommerstelle in Todesdruck? Ne, Kälte! Eine böse Dimension! Ja, du kannst mich verlegen, wenn ich krank bin. Und du kannst in die Dusche. Ach, herrlich. Ich kann mich mehr wegschmeißen. Oh, das ist falsch. Todesfrühling! Hier, Todesfrühling! Ich schieb ihn ja nur weg. Äh... Alter, hupst er mich mit seinem Arsch? Alter, ich bin hier weg. Alter, ich bin hier weg. Alter, ich bin busy. Hey, ich beschütze dich, mein Schatz! Nein, ich kann! Ich kann nicht mehr. Bist du hart? Ich hoffe es! Nein, ich hab schon alle getrückt. Au! Quatsch! Nein, quatsch! Technik! Dein Tisch! Hörst du nicht unter Druck? Alter, Mann! Das ist schief zu mir! Aua! Was ist mit Pech, wenn man es braucht? Ich wollte gerade sagen, willst du nicht... Nee, ich trau mich nicht. Die in den Winger angekommen. Kann ich ja nicht noch. Huuuuii! Ball? Hier! Brennende Helle! Hup! 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 Ich glaube, mein Sturm zieht auf! Du Trattel! Ey! Wie nimmst du Trattel, du Idiot! Aber, ey! 12.000! 10 Geil! 10 Rang! 10 Geil! 10 Geil! Hallo! Huigh! Alter sieh, vor allem ist einfach das Ding mal so kleines mal anstatt die Vorstufe zu nehmen oder so. Hm? Hm. Hm. Was machst du denn? Haha Ich gucke wieder in die andere Richtung Das höre ich zum ersten Mal Ich auch Das hat er sich wahrscheinlich ausgedacht Hallo Tut mir leid, hier in der Nähe wachsen keine Bräume Es brennt doch schon was Kapitel 4 Licht und Finsternis Hey, wir haben die Hälfte hinter uns Ich gucke wieder in die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Machen Die Hälfte Das ist Aber erst besuchten. Genau. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.